ja und auch damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge feedbeasts ultimate weil dabei der der martin und der peter den man jetzt hört schon abwesend wir sehen den auch so und ich suche den jetzt natürlich etwas anderes zu tun und ja und wollen jetzt nach suchen nach reisen ich werde ich meine turtle das mal wieder ausräumen das ist das letzte mal dass die turtle läuft das nächste mal wird die ich bin in der nächsten zeit noch das ist nicht ein ofen kommt das ist ja auch klar oder? ja jetzt müssen wir es reichen gut, jetzt machen wir es wo willst du es denn reinschmeißen? ich wollte es craften Eisenohr wo rein denn bitte bei dir? hast du seit dem neuesten auch einen Pulitzer stehen? nee das verdoppelt doch die Teile deswegen so, achso ich muss erst mal das einheizen mhm, also ich will ach, kurz, 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 mal das ist zu wenig wir brauchen den Hauptkeller ja das andere ganz andere Scheiß kann ich ja wieder alles ähm, so, Tint Silber, Verwiss so, Tint kann ich da auch schon mal rein? ähm, es ist noch mal zu achso, ja, hatte ich noch eines Redstone noch gehabt weiß ich jetzt nicht, dass ich noch hab das wird natürlich vergessen Drei Mann, überlob in die Diebstore völte ich jetzt nicht Alter, öltest sich ja voll Letali zieh dich dann voll bei mir hängt es gerade zu wenig Aluminium kommt vielleicht hier rein. Ich brauche hier auch mal so eine Kiste. Ich kann ja gar nicht meine Kiste öffnen. Kiste? Und, äh, ne. Fuck. Auch mein Minecraft, mein Minecraft hingezucht, weil ich da schon gucke. Warum auch immer hier ist ein Sensor in dem Gebiet? Das ist gerade gehangen, ey. Boah, was ist denn los? Was ist denn einfach mit meinem Internet los? Immer wenn ich hier so was mache, dann ist immer hier so ein Problem. Nur weil hier alles zu groß ist und mein PC schafft das einfach nicht. Ich kann das nie aushalten. Ich muss immer hier das Ganze wieder kennenlernen, nur weil er sich hier nix erinnern kann. Scheiß PC. Ich weiß nicht, dass er sich nicht so sehr wenn er die Daten ausliest, eigentlich. Ich bin ein bisschen ein schwarzes Blatt. Ich bin noch nicht da rein. Ich bin das drin. Dann haben wir noch diferença. Ich bin nochmal einen kiste Dach. Ich bin doch bis die Geräte raus. Dann kommt das hinzu. Dann kommt das rein. Dann kommt es an die Kiste und dann kommt das nicht in die Kiste vor. 7 Stacks. 5 Stacks. Na klara haben wir auch schon ein bißchen Ne, das Felsor tritt auch schon mal da rein Kannst du den für Wünschen oder toll noch nicht Wasser ist noch genug Aber sonst ist... sonst... Schaut das noch an Alpen Weiter hoch Ja, oder? Okay, ähm... Alles klasse Let's go So, da kommt der Punkt Da kommt der Punkt Oh, ne, ne Die Tür Nice, ein Turtles Das brauche ich Kann ich noch hier eine Spitze, oder? Ne, man kann nicht mit verschiedenen Spitzecken machen Man braucht diese... Dürf, das geht Echt? Ich kann... Man kann auch mit die... Ich hab mal einen Spitzhacker... Ich hab's mal mit meiner... Mit meiner, ähm... Keine deliierten Spitzhacken Achso... Die müssen jetzt halbe sein Achso, die ich... Die ich benutzt habe, oder so? Keine Spitzhacken, die einen Schlag abbrauen, als dort zu sein Achso... Die müssen 100% voll sein Achso... 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 Ja, dann... Wait... Ah... Verdammt... Ach... Mach es nah aus... Und der Schiff? Nein. Die Tauben sind voll. Dann mache ich die nächste Stunde nach oben, vielleicht auch das leider auch weiter. Die Steinspeck sind hier oben noch ein bisschen promosorisch. Ich glaube Steinspezhacke ist jetzt eigentlich nicht das Beste, aber was soll ich machen? Machst du das gerade wirklich mit in der Steinhacke? Ist das vielleicht hier? Oder wüsstest du das schon vorher? Nee, funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Dann brauche ich was anderes. Und was hast du denn noch probiert? Ich hab's mal in der Steinspezhacke probiert, so ganz neu und... Funktioniert auch nicht. Das ist halt das Eisen höchstens wohl. Anscheinend. Äh, Reaper. Okay, guck mal da. Ein Fenster-Hot-Dreeper. Ja, der hat da wirklich stark. Ich meine, du siehst ihn ja auch hier durch. Wenn man hier steht, sieht man ihn ja. Ich weiß. Ich hab ihn auch noch ein bisschen an der Steinspezhacke gesehen. Ja, der ist mal von Nacht gefallen. Ich guck mal, ob es vielleicht hier irgendwas ist. Ich kann da noch mal Kissen öffnen. So. Die ist noch ein bisschen alter. Die Lava, die da schnell leer. Die, die da hinten machen. Das ist die Lava. Die da. Die da. Die da. Die da. Die da. Oh doch, hier! Was brauche ich denn jetzt? So, ähm... Stock? Stopp, stopp, stopp. Ne, ich brauche die Tabel unter dir. Der vor dir steht, das sind noch aus dem Holz drinnen. Der direkt vor der D-Wand-Piste erlebt. So. Oh, muss ich besiegen. Ah, ich wollte mich. 10, nee. So. Oh, warte mal. Nee, spurt noch. Weiß, okay. Ah, okay. So. Erstmal. Kannst du ja alles in denen eigentlich machen. Ja, ich hab denen jetzt. Pff... Na dann... Ich mach mal raus. Hast du es vielleicht bemerkt oder auch nicht? Ich hab'n Discord, die mach mal ne Datei in denen. Habt mal eigentlich müssen. Man sieht jetzt ne kleine Befehlsreihe bei der Turtle. Die ist nicht so, dass man sich nicht hinschillt und sofort da läuft. Sonst... Die braucht halt auch eine Idee. Den Turtle kann man wieder abbauen, ne? Ja. Okay. Ja, haben wir. Wird er aber nicht... Äh, wenn man denen jetzt die ganze Zeit irgendwie was abbauen lässt... ...wird er jetzt irgendwie nicht kaputt gehen, ne? Also... Also... ...ne Leistung verlieren. Also... Fädern kann nichts mehr sein, ne? Soll ich ihm nur sicherheitshalber bin. Sozusagen... ...aufnahmeende ist eigentlich einpacken. Sozusagen... ...weil er hatte mal ein Problem gehabt, dass er sozusagen... ...weil er sich geclosed hat... ...ein normale... ...normal wie ein Turtle wieder wurde. ...wird nicht machen... Guck mal kurz unten. Wird sie nirgendswo runterfallen... ...was sollst du... ...kack... Oh oh. Da ist schon die Lava... ...weil er nicht ein bisschen. Weil was aber ist, wenn du denn die... ...Turtle in der Lille liegen hast... ...muss... ...die braucht doch auch einen Namen an sich... ...w Scheiße... ...weil er nicht... ...weil er nicht... ...wann sie... Wenn du die abbaust, speichert sie dir die nicht Oh, da ist was Oh, das sieht hier nicht gut aus So, ich kann den Schlager Das ist aufgelassen Ich bin bestimmt nicht steil Habe ich noch so Hier ist noch Klaas, ok Auch Sand ist noch da Sand Ein bisschen Spoof WTF Oh, das ist so gut Ah, ich sehe nichts Ich brauche nicht mein Chaos Ok Scheiße, jetzt stecke ich hier fest Ja, da muss ich was anderes Muss ich mal kurz nochmal nach oben Hm, so Der Sand könnte auch Ich pack mal die Tudel mal Ähm Ich pack mal die Tudel mal Ich pack mal die Tudel mal Ich hab mal die Tudel mal Schnell ab und ich stehe Schnell ab und ich stehe Die Tüste ist voll Hm Verholen, ich tuß mal kurz wieder Aber ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich bin schon Schnell Ich mach nur kurz das Eisen-Update Kein Generator Kein Eisen-Update Ich mach nur das Eisen-Update Da ist schon ein Pluminium Hm, der ist natürlich schnell leer So, einmal das Einmal Steady davon Ja, durchschauen So, wo ist das mit mir? Was ist das mit mir? Was ist das mit mir? Ne, dann kann ich das auch weg tun Alamedium Was, ne, dann versuchen Zuckern 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 musst du auf jeden Fall Japp, es funktioniert Na, was ist das mit mir? Gut, dann kann ich die anderen Sachen halt mal wieder zu weg Ist irgendwie nicht funktionieren Hm Wann wird das Winter so beschäftigt? Ich will was vom Tanken bisschen was ausprobieren Tränken oder eh? Ja Ja Da wird denn das mit Schwarz Aluminium, hm? Ja, ich warte mal kurz aus, wissen Ob das vielleicht funktioniert Das sind zwei Mod-Items, die du da offiziellt hast Ne, gleich Und nicht, dass Mod-Items auf einmal in Brauerei mit entwiesen wurden Wippungslos Aha Wippungslos 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 ...begegnen könnte... Oh! Okay, wenn ich den Zucker... Die muss statt... Warte mal... Oh, was ist das denn jetzt? Oh, jetzt kann ich's wegschmeißen. Tschüss. Na ja, gut. Dann weißt du dir ja auch, dass du dir ja nachgucken kannst, oder? Ja, ich kann nachgucken. Also ich glaub, ich muss zwei Zucker reinmachen. Schätze ich. Ich probier's mal. Das funktioniert aber, das sind gerade. Also von der Schnelligkeit, ja. Brauch einen, ich hab mal kurz mal... Ja, ich brauch... Ja, was ist das denn? So, guck mal. Ja, so da steht, zwei Zucker reinmachen und dann, ja, soll es Schnelligkeit bestehen. Ich hoffe mal, es funktioniert. Wenn nicht, dann... Das Rezept irgendwie komisch. Es muss funktionieren. Sonst... Es müsste es wechseln, das ist von der Zeit. Ja, hier war ja die Belieder mit Mabel erstmalig. Ach so. Mal gucken. Ne. Also, weiteres Zucker funktioniert nicht mehr. Ne. Na, was? Wir müssen dann versuchen zu basteln. Was muss ich denn dann machen? Zucker. Ja. Willst du dann was denn gerade? Ähm, ich wollte die Schnelligkeit machen. Vom Trank her. Ja. Das über drei Minuten geht. Okay, das ist nur... So was. Ich frage mich, warum das da nicht mal funktioniert. Kann ich das nur trinken? Das ist ja bewöhnliches Wasser. Ne. Das stimmt nicht. Das ist ein bisschen zu tun. Oh, Mensch, wieder Öl. Ich frage mich. Kann ich das mal mit einer Waterbottle mit einer Neta-Wertigung machen? Wie Neta... An sich... Wie willst du gerade das mit diesem Zucker? Aber hast du das schon...? Schau doch mal auf die Wasserflasche beim Zucker. Weil da, das ist ne Avik-Portion, das ist kein Waterbottle mehr. Nee. Das ist ein Schritt davor. Du bist ein Schritt zu weit, sozusagen. Du musst erst mal mit einem Waterbottle und einer Netrewerze. Ach hier. Ähm. Ja, was pauschen da für sowas? Letztes danach tut ein Trader eigentlich hier. Soll ich das dann genauso in den Braustand dann reintun oder so? Das ist an sich der erste Schritt zu diesem Speed-Twang, der sozusagen nicht mehr mit einer Waterbottle anscheinend. Genau. Dann muss man das als erstes reintun. Na gut. Ja, dann geh ich mal auf die Suche nach Neta. Ich hab ja Plastodum dabei. Ähm. Ja. Wirkungslos. Kann ich verpassen. Fing's mal aus, so. Schau mal in ein neues Raum. So. Gut. Dann geh ich mal auf... Nee, da war. Oder auf SoulCenter hat man einfach... So. Jetzt hab ich die Wände, das jetzt so. So. Und jetzt vielleicht läuft ich einfach ein offenes Dach. Ja, klar schon. Jetzt bleibt jetzt einfach offen. Oh, das ist schon ein Trieber. Hoffentlich wird der Peter nicht von irgendwelchen... Zombies dann oder von welchen Monsters dann töten. Aber ich glaub, der hat sich, glaub ich, dann... Ich glaub, der hat sich eingegraben oder so. Oder er ist einfach unterwegs und sagt den Verdade gar nichts. Hm. Hm. Vielleicht hat das... Weil er... So hat der Fernseher... Vielleicht hat er so eine Seite... So hat der Fernseher vielleicht so laut... Oder er hat er geschrieben. Hm. Wo war jetzt dieser... ...Zaneta... ...Din... Ach, da hinten! ...Zaneta... ...Tempel. Ja. Neta... ...Festo. Wird so ein... Ja, oder Festo. Oder von ihnen, sozusagen. Ich hab's ja eigentlich eigentlich nur so... ...oder der Kond, das heißt, wenn man sowas versucht hat, der hat das auch Neta-Festo genannt. Oder es wird vielleicht auch nötlich Neta-Festo in irgendein Sicht genannt. Ich glaub schon. So. Die Seite... Ich hab nix vergessen. Kann ich denn in der Freitur haben? Ja, egal. Hab schon viel vergessen. Das war jetzt auch nicht so richtig. Ja, die Seite würde ich dann noch von der Freitur haben und die andere Seite eher hinten, ja. Hm. 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 Oh, 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 oh. Oh, ich seh ein Gas. Oh, stöhnen. Damien. Jetzt. Da ist ja wohl ein kleiner Fortschwerverflüge dabei. Das vielleicht auch in den größeren... ...Nee, wollen du dort zu sein, wenn du das aufsammelst. Was der Gas, der droppt. Oh, ich hab' den getrocknen. Ja. Und das gehört. Oh, ich hab' den geklärt. Oh, ich hab' den getroffen. Ist er getroffen? Ist er die noch nicht getroffen, her? Was ist denn das? Ah, als bei mir einfach... Oh, oh, das ist die Lone. Mein Gehtisch. Oh, bah. Das fällt mir abtür, die Nichterwurst. Oh, Gott. Das hätte ich vielleicht auch mal in das Mittel. Alter, wie schlecht. Oh. Ah, ah. Ich muss mich mal verstecken. Das tut doch so rumhängen. Ich kann ihn kaum bekämpfen. Der schaut mich auch nicht mal an, irgendwie. Oh, Alter. Oh, jetzt sind hier Merlo. Ja, jetzt bin ich tot. Oder? Ja. Oh, nee, ich hab's noch. Oh, oh. Oh Gott, ich muss mich mal... Oh Gott. Äh. Oh Gott. Nicht mal... Ah, nein. Ich kann mich mal schützen. Ich hab noch ein halbes Herz. Oh, nee, jetzt ladet es sich ein bisschen auf. Okay, ja, es ladet sich wirklich auf. Oh, ach so. Das hast du eingestellt, das Monster-Slex. Ach Gott, jetzt musst du nur laufen. Oh, scheiße, nichts zu essen. Rennen kann ich nicht mehr, aber es ist ja... Das ist ja nichts mit Essen in Neter. Kannst du gleich ein Selbstmachtung machen, anscheinend? Oh, das sieht nicht gut aus. So, was haben wir hier? Ja, gut, ich... Ja, das ist mein Ding, ja. Oh. Nee, 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 nix. Jetzt bin ich schon mal schritten. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Da vorne so abbiegen müssen. Ah, ist es... Ja, gut, ich bin dann gleich in der nächsten Folge, gehen wir dann wieder nach Hause und dann... Mal schauen, wie der Trank dann so ist, aber obwohl das ja nicht so wichtig, aber wollte dem Austest. Na gut, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein und tschüss.